Das Tal, die Berge, die Nacht, der Tag, der Café, das Croissant, der Gipfel, die Skitour, die Tortur, die Belohnung, das Glücksgefühl, das Laufen, das Gleiten, das Schweben, der Schlitten, das Fatbike, der Ski, der Abrisski, das Gesellige, das Konzert, die Party, die lange Party, der Morgen, der Kater, der Hund, die Pferde, die Entspannung, die Anspannung, der Wettkampf, das Erlebnis, der Schneefall, der Schneeball, der Sturm, der wilde Sturm, das Raue, das Alpine, die Ruhe, Das Imposante, das Sagenumwobene, das Interessante, die Natur, die Kultur, das Ursprüngliche, das Moderne, das Abenteuer, die Freiheit, die Erholung, der Genuss, das Pure. Andermatt, erlebe die Vielfalt, erlebe den Winter. Untertitelung des ZDF, 2020